Herzlich Willkommen bei der SilverRC Hobao Hyper MT Speedrun Pfeil 1 4S. Wir fahren zweimal hin und her. Der Logger zeigt jetzt irgendwas bei null an, also nicht relevant. Datum ist heute scheißegal, wir fahren damit nur für uns. Ja, ja. Kannst aufhören mit Gas geben. Hör auf, sonst muss ich kotzen, Mann. So, mein Kameramann jetzt gleich hier aufs Auto kotzen. Wir haben ein 4S, 59,2, aber Achtung, da ist ein 16er Ritzel statt dem originalen 13er Ritzel drin. Wir bauen jetzt eben 6S ein. So, Boxenstopp in 3 Sekunden, das kann nicht mehr die Formel 1 zu schnellen. Ne, auf keinen Fall, ne. So, mach hin, ihr da. Okay, alles klar. Und wir werden am Formel 1 gucken. Okay, alles klar. 6S? Ja, ja, alles klar. Jetzt geht er auch zur Seite, ne? Das ist was anderes. Frei! Ja, pass auf, da kommt jetzt ein Auto aus deiner Richtung. Der ist aber schneller. Dieser Sound dabei ist geil. Ja, die reifen, ne? Da fangt nach zurück. Fing die mal durch. da merkst du schon dass die dinge blähen so wir haben erreicht ja 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 was haben wir denn 92,7 achtung der hat tuning bekommen xt 90 stecker max 8 regler das habe ich eben vergessen und das sechzehner ritzel aber ich bin überzeugt davon mit dem quick run regler wäre genauso schnell gewesen und ich fahre natürlich mit der sand war funke aber das macht ja alles kein speed das ist schon beeindruckend 90 klamotten er tour auf jeden fall geiles teil und was der schon eingesteckt hat 92 km h das ist nichts sagen muss erst mal einer schaffen auf jeden fall bis zum nächsten mal bei der silva sie dann kommt der team magic